Hallo ihr Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Enter the Judging. Die letzte Folge lief nicht so gut als die Jägerin, deswegen nehmen wir die Strafgefangene. Die Jägerin hat einen Bug bei uns ausgelöst und das war alles doof, Leute. Ich werde trotzdem, wie in der letzten Folge auch, versuchen wieder in die Kanalisation zu kommen. Je nachdem, ob wir genug Schlüssel bekommen oder nicht. Hoffentlich kriegen wir dieses Mal zumindest mal ein paar Waffen, das wäre richtig toll. Äh, die Strafgefangene hier... Oh Gott. Oh Gott. Äh, hat nur... Ne, sie hat zwei Waffen. Sie hat noch eine abgesägte Schrotflinte und sie hat aber auch noch eine... Ach shit. Ich komme mit dieser Steuerung gerade nicht klar. Äh, sie hat eine abgesägte Schrotflinte, die eigentlich recht cool ist. Und was sie auch noch hat, ist ein Molotow Cocktail, der ultra gut ist, würde ich sagen. Ich weiß nur gerade nicht, wie man den einsetzt. Den kann man auf den Boden werfen und dann brennt der Boden und das ist toll. Es sei denn, es... Oh Gott. Wenn was auf dem Boden ist, dann geht das natürlich nicht. Aber ja, wir werden... Diesmal genauso wie in der letzten Folge... Ach, die letzte Folge war richtig blöd, keine Ahnung. Die war auch sehr kurz. Aber ist okay, Leute. Das war eine Einspielrunde. Jaja. Ähm... Wir werden versuchen, einen NPC freizuschalten oder... Ins andere zu kommen oder... In die Kanalisation oder... Ja, in die Kanalisation zu gehen und die Kanalisation zu überleben. Wenn eins dieser drei Sachen eintritt, dann bin ich schon zufrieden mit meiner Leistung. Äh... Eine grüne Kiste. Mach ich auf. Das ist ein Leben. Danke. Ist hier irgendwo so ein... So ein komisches Fass. Wir brauchen noch so ein... Fass. Hi. Stirb. Cool. Ein Lebensabdings hier. Dankeschön. Brauche ich zwar nicht, aber nehme ich gerne mit. Ja, ja. Ach ja. Ich habe... Ich nehme diese Folge jetzt übrigens direkt nach der anderen Folge auf. Deswegen habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel zu erzählen. Ich habe auch immer noch meine Serie nicht runtergeladen und ich bin immer noch nicht auf dem Campingplatz. Aber wer die letzte Folge nicht gesehen hat, kann ich das nochmal erzählen. Ich bin... Wenn ihr diese Folge seht, wahrscheinlich schon nicht mehr... Nicht mehr zu Hause. Und ich bin gespannt, ob ich genug Folgen aufnehme. Ja, ja. So. Wir machen jetzt einfach mal... Wir schwitzen jetzt hier ans Ende. Go, go. Wir schaffen das. Wir konzentrieren uns mal an dieser Folge. Und versuchen ein bisschen besser zu spielen wie sonst. Wir aktivieren jetzt unseren Isaac-Skill für Enter the Dungeon. Pow, pow. Ich habe mir auch ein Video angeguckt zu Enter the Dungeon von einem anderen Let's Player. Und der war so krass in diesem Spiel. Ich glaube, ich werde niemals so krass in diesem Spiel sein. Also klar, der hatte auch irgendwie... Keine Ahnung, wie viele Stunden. 200 Stunden oder so da drin. Ich habe ein Zehntel davon. Aber trotzdem, mega krass. Ey, wieso wird der zurückgeschubst? Ey. Habt ihr Angst vor meiner Tisch-Umwerf-Attacke? Anscheinend nicht. Sie haben einfach meinen Tisch kaputt gemacht. So ein Blödsack. Aber die Gegner hier finde ich eigentlich ganz nett, weil die... Ihren Morgenstern nicht wegschmeißen. Die selben Gegner, die aber den Morgenstern wegschmeißen, die sind schon assiger. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt aber drauf, wie man ausfällt mit alles. Und auf welcher Taste was ist. Immer wieder komisch, neu anzufangen. Ich muss mich auch angewöhnen, bevor... Also wenn ich lange Zeit ein Spiel nicht mehr gespielt habe, zumindest eine Runde zu spielen, nur um reinzukommen. Aber in dieser Runde bin ich dann meistens richtig gut. Und dann ärgere ich mich immer, dass ich das nicht aufgenommen habe. Und dann ist alles blöd, Leute. So, was hat der Shop für uns? Bitte eine neue Waffe. Dorn Rüstung. Uh. Ich nehme Schlüssel mit. Und ein Leben. Schön. Und wir gehen hier raus. Ja. Na ja, wir nutzen auf jeden Fall erstmal unsere abgesägte Schrotflinte, solange es geht. Einen Raum haben wir noch. Ich habe jetzt keinen Wasserfass gesehen. Habt ihr eins gesehen? Um halt in die Kandilisation zu kommen. Ich weiß echt, es ist in der Kandilisation immer, immer derselbe Boss. Weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt aber zwei Schlüssel. Das heißt, wir können tatsächlich in die Kandilisation gehen. Wenn wir Bock drauf hätten. Aber natürlich erstmal gegen den Boss. Wir haben keine weitere Waffe. Okay, ist blöd. Dafür haben wir aber halt unseren Molotov-Cocktail. Pow. Stirb. Wir werden uns anstrengen, nicht getroffen zu werden. Willst du nicht ins Feuer? Wäre voll cool. Okay, die trifft bei überhaupt gar nichts. Wenn der Fight übrigens lang genug geht, dann könnten wir auch einfach unseren Molotov-Cocktail öfters benutzen. Nicht cool. Wir machen so gar kein Damage. Ah, wir brauchen unseren Molotov-Cocktails. Ohne Witz. Hilfe. Nein, du Blödkopf. Oh, jetzt habe ich eine Wien verlor. Der ist doch uncool. Lass das doch. Wieso tust du das? So, okay. Jetzt macht er wieder nur seine komische Attacke. Das heißt, wir können nahe in den Rand gehen und die ganze Zeit mit unserer abgesägten Schrotflinte arbeiten. Jetzt wieder nicht. Oh, den hasse ich. Es gibt viel bessere erste Bosse. Das ist wirklich einer von den Bossen, die ich nicht so gerne mag. Auf jeden Fall jetzt erster Boss, nicht? Klar, hier gibt es sehr, sehr viele Orte, wo man sich eigentlich verstecken kann. Irgendwie mag ich den trotzdem nicht. Halbes Leben verloren. Verdammt! So, zerfresst ihn. Der hat es verdient. Hier, diese komische Waffe. Ich fresse mit. Oh ja, der schmeckt lecker. Ah, das war gut. Okay, wir gehen auf jeden Fall trotzdem in den Geheimraum. Wo war der Raum mit dem Feuer? Ist jetzt die Sache. Der war hier oben, ne? Ja, hier. Dann brauchen wir jetzt noch irgendwo so ein Wasserfass. Ich glaube, die Wasserfässer können auch nicht kaputt gehen. Das heißt, das müsste hier noch irgendwo rumliegen. Die Waffe, die wir hier bekommen haben, ist ganz okay. Ist jetzt auch nicht das Allergeilste, aber geht. Äh, ich suche mal kurz das Wasserfass und dann sehen wir uns gleich wieder. Hm. Irgendwie gibt es keins, Leute. Ich habe überall geguckt. In jedem Raum. Aber irgendwie habe ich keins gefunden. Also entweder ich habe es kaputt gemacht, aus Versehen. Oder ich bin blind. Aber wir haben relativ viel Geld. Wir können eigentlich nochmal im Shop was kaufen. Hier so eine Dornrüstung. Geil. Der Körper ist eine Waffe. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Gegner jetzt gegen uns gegenlaufen, dass die dann Schaden bekommen. Wir haben auch eine Rüstung bekommen tatsächlich. Aber mal gucken. Erhöht den Schaden der Ausweichrolle? Den Schaden der Ausweichrolle? What? Was soll ich darunter verstehen? Die Ausweichrolle macht doch kakketten Schaden. Wieso solltet ihr die Schaden machen? Ich brauche es euch, Leute. Ja, kein Plan. Ich bin schon wieder super verwirrt von diesem Spiel. Und ich weiß auch nicht, wo dieses blöde Fass jetzt war. Irgendwie fehlte das. Ja, keine Ahnung. Alles sehr strange in diesem Spiel. Ich will... Nein! Oh Gott. Aber diesmal... Wir strengen uns jetzt wirklich mal ein bisschen an. Zumindest, dass wir die zweite Ebene hinbekommen. Habe ich noch irgendwas geschossen hier? Die Schrotflinte. Alles klärchen. Die haben glaube ich auch mit dem neuen DLC angepasst, dass öfters Waffen oder Munitionsdrops kommen. Das heißt, das Spiel ist dadurch auch wieder ein bisschen einfacher geworden. Und man muss quasi nicht sparen mit seinen Munitionen. Weil früher war das ja immer so, dass man dann eine gute Waffe hatte, aber die nie einsetzen wollte, weil man sie immer beim Boss erst benutzen wollte. Und dadurch war das Spiel irgendwie so ein bisschen... Weiß ich nicht. Man war halt immer mit seinen Anfangswaffen irgendwie am Gangeln. Mit den normalen Gegnern. Und die krassen Waffen waren dann immer nur für die Bosse da. Das haben sie glaube ich inzwischen verändert. Oh, schläft nicht. Eine bessere Waffe wäre trotzdem noch ganz cool. Diese Schrotflinte ist irgendwie auch nicht so geil. Gibt bessere Waffen. Aber es langt für diese komischen Magier hier. Die können sich wieder selber umbringen. Ja, sehr schön. Klub. Ja, wieder schön, wenn die... Oh Gott, oh Gott, ich bin hier eingesperrt. Triffst ja gar nicht. Komisches Auge. Was machst du denn? Halbes Herz. Merci beaucoup. I love you too. Ach ja, der Notre Dame. Ah, oh. Gerade noch ausgewichen. Au. 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 Für so viele kleine ist die Waffe natürlich mega gut. Show, 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 show. Ja, ja. Dann erzählt doch mal, Leute. Was guckt ihr so gerade für Serien auf Netflix? Habt ihr da ein paar tolle... Aha. Tolle Tipps für mich, die ich gucken könnte. Gerade auf meiner Liste steht zum Beispiel noch dieses... Death Love Roboter Dingsbums Gedülster. Da hab ich noch keine einzige Folge geguckt, aber soll ja eigentlich ganz gut sein. Weiß nicht mal, wie das heißt. Death Love... Irgendwas. Ja, ja. So, wollen wir jetzt schon zum Boss gehen? Ich hätt eigentlich gerne noch ne andere Wache, bevor wir da hingehen. Diese Augen sind irgendwie richtig komisch. Die schießen vor allem so häufig. Ach ja. Und ich hab gestern das erste Mal ein Eis gegessen, Leute. Diesen Sommer. Mit Anführungszeichen Sommer. Mein... Mein Eisdienst ist nämlich endlich wieder da. Wir sind in den Winter... ...Tagen. Beziehungsweise bis April, glaub ich immer. Äh, in... Oh Gott, no. Immer in Italien. Und das ist mein absoluter Lieblings... ...Cooine Waffe. Mein absoluter Lieblings... ...meine absolute Lieblings-Eisstile. Und es ist voll schade, wenn sie dann nur mal weggeht. Und jetzt ist sie wieder da und ich konnte gestern das erste Mal Eis essen. Und die haben ne neue Geschmacksrichtung, nämlich Cookies. Ja, ja. Hatten die früher nicht. Hey, die Waffe ist ja mega gut. Cookies ist irgendwie wirklich meine Lieblings... ...Lieblings-Eissorte. Weil das so Vanille ist. Vanille war vorher meine Lieblings-Eissorte. Aber bei Cookies ist halt noch... ...ja, Kekse halt drin. Ist voll geil, Leute. Ich mag Kekse. Cookies ist überall beste. Wir können hier zwei... ...Waffen wegschmeißen. Ist die Frage, ist die Schneekanone denn gut? Nicht so geil, ne? Wir können die Schneekanone wegtun. Auch wenn wir sie gerade erst gekauft haben. Aber ja, hier, nimm, friss. Ich hab noch ne andere Waffe für dich. Und zwar meine... ...Anfangswaffe? Ne. Hier, du kriegst noch den Revolver. Ja. Gib mir bitte irgendwas Tolles. Ein Laserstrahl oder so, wer tut. Oder diese Ballonwaffe. Die, die fände ich richtig geil. Oder das R. Alles klar, das kleine R. Dankeschön. Das kleine R haben wir bekommen. Das schießt... Ja. Das schießt Bullets, Leute. Das kleine R schießt Bullets. Bullet, Bullet, Bullet. Den haben sie auch verändert, oder? Dieses R. Hat das für auch immer Bullet geschossen? Also alles auf einmal? Ich glaub da... Also ich drück jetzt nur einmal und der schießt halt Bullet. Oh. Rippschild. Autsch. Aber... Und ich glaub, früher war das nämlich so, dass der... Dass man halt fünfmal drücken musste und er dann erst Bullet geschossen hat. Geil. Sieht aus wie eine Schaufel. Blutiges Auge. Langsam war der Gegner geschossen. Okay, völlig gut. Hatten wir auch schon mal. So langsam kenne ich die... Lerne ich die auch kennen. Wir haben drei Nichtse. Das ist ganz gut. Wir nutzen... Erstmal den Cousin, würde ich sagen. Okay. Ich glaub, das schaff ich nicht, ohne ein Leben zu verlieren. Aber wir kriegen es hin, Leute. Ja, und apropos... Eis. Geht ihr oft Eis essen, Leute? Und wenn ja, was ist euer Lieblings-Eis? Ups, das wollte ich gar nicht. Also meine Lieblings-Eis-Sorten sind tatsächlich... ...halt Vanille. Aber nicht bei jedem. Nicht bei jeder Eisdiele. Und es muss auch... Es darf nicht so sahnig sein. Sahne-Eis hasse ich. Ich hasse sowieso Sahne. Sahne find ich mega kacke. Irgendwie. Und... Hilfe. Hier. Zitrone mag ich noch sehr gerne. Und Stracciatella ist auch okay, aber nicht das Geilste. Schokolade mag ich irgendwie so gar nicht. Erdbeere auch nicht. Also nicht als Eiskugel zumindest. Und irgendwie... Ich weiß noch, wie früher bei unserer Eisdiele das Eis nur 50 Cent gekostet hat, als ich noch... ...Zeitungen ausgetragen hab. Das war dann immer auf der... ...Hälfte des Weges, was ganz cool war. Also so nach... ...dreiviertel Stunde... ...des Austagens... ...war ich dann immer bei der Eisdiele und konnte an Eis essen. Und das war immer toll. Und dann wurde 50 Cent gekostet. Und inzwischen kostet eine Kugel... ...wow. Einfach schon... Oh mein Gott, das ist hier voll anstrengend. Bei Boss zu reden. Sollte man nicht tun. Äh... Eine Kugel kostet einfach schon einen Euro. Also klar, das ist jetzt vielleicht noch schon 10 Jahre her, seit ich Zeitungen ausgetragen hab. Aber trotzdem... Na, vielleicht 8 Jahre. Sagen wir 8 Jahre. In diesen 8 Jahren... Ups. Wieder falsche Taste hier gedrückt. In diesen 8 Jahren ist der Preis einfach verdoppelt. 100% plus. Holy moly. Gut. Ripp bist du. Oh, weinst du deinen komischen Dude hier nach? Das tut mir leid. Hier, stirb. Hab gesagt, stirb. Stirb. Blödes Auge. Hallo. Was hat da so viele Leben? So, ein Leben. Apropos Leben. Wer gibt uns auch ein Leben? Corsair ist irgendwie nicht so geil. Hätte ich vielleicht wegnehmen sollen. Was bist du? Das ist ein Laser. Das gefällt mir schon mehr. Diese Laser sind toll. Yay, zweiter Boss. Wir sind weitergekommen als in der letzten Folge. Nice. Wo geht's weiter? Hier? Ja. Und wir haben sogar noch in unserem Automaten ein paar Lebenspunkte drin. Das ist doch ganz nett. Kann man machen. Kann man machen. Ach, Eis. Ich hätte jetzt auch gern wieder ein Eis. Und irgendwie, ich bin in letzter Zeit sehr viel draußen, weil es übelst warm ist. Also mit übelst warm meine ich so 30 Grad. Ne, nicht 30 Grad. 30 Grad wäre wirklich übelst krass ultra warm. Sterbewarm wäre das. Aber es sind gerade so 23 Grad und da kann man sich gut draußen hinsetzen und leeren und ist alles toll. Allerdings nicht allzu lang. Irgendwie, ich kann das nicht ab, wenn man, wenn es zu warm ist und man dann zu lange draußen ist. Ich habe auch gelesen, es langt schon, wenn man nur eine Viertelstunde am Tag draußen ist. Zumindest für diese Vitamin, was weiß ich, Produktion. Was macht nochmal die Sonne für Vitamine? Vitamin E oder so? Oder B, B12? Ist das B12? Ich glaube nicht. Irgendein Vitamin. Kannst du bitte weggehen? Ich mag das nicht, wenn du das machst. Aha, jetzt weiß ich auch, wie man den ausweicht. Einfach die ganze Zeit ausweichen. Bö, ist interessant. War es das schon? Cool. Okay, wir haben keine Schlüssel. Heiß. Wir kriegen erstmal keine neuen Waffen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir diese Waffe gefällt. Die ich gerade habe. Bin ich auch schade, dass nicht beisteht, wie viel Schaden die so ausführen. Bla, bla, bla. Räumlichkeiten. Bla, bla, bla. Bewaffnet mit nichts als diesen guten Stumpen an der Ring. Bla, 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 bla. Oh, hier nimm. Wundervoll. Ich habe einen Deringer. Und der synergiert mit überall Stacheln. Okay, was macht denn diese Waffe, die wir gerade bekommen haben? Lasst mal gucken. Und wieso synergiert die mit unserem Stachelpanzer Deringer? Diese winzige Pistole ist nichts besonderes gefährlich. Trotzdem kann sie einen in brenzlichen Situationen das Leben retten. Warum ist das dann synergisch mit der... Dein Körper ist eine Waffe? Der hat mir gerade eine Synergie angezeigt. Das finde ich auch schade, dass man hier nicht in... ...im Wikipedia nachgucken kann. Was das jetzt genau macht. Aber wir werden es bestimmt gleich sehen. So, hier, stirb. Wir müssen diesen Raum einfach nur schaffen, gell? Ist egal, ob wir Leben verlieren. Ich weiß trotzdem nicht. Geschafft. Wow, das war ja übel schwer. Krasser Kack. Ich habe es geschafft. Oho, ihr habt gesiegt. Hier, nehmt dies. Ja, ja. Danke, danke. Was habe ich bekommen? Hallo? Was hat er mir... Achso, ein Gamma-Strahl. Ja, nice. Gamma-Strahl ist cool. Das sind Laser. Laser sind toll. Ich mag Laser sehr. Laser behalten wir erstmal für den Boss, würde ich sagen. Und wir greifen hier mit diesem Seher-Ding an. Das ist schön schnell. Das macht okayen Damage. Bin ich gut. Au, 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 au. Doch, die Waffe finde ich cool. Diese eine komische Laser-Waffe, die wir da bekommen haben, die so drei Laser-Dinger schießt, die finde ich ein bisschen komisch. Oh, was noch raus ist hier? Der neue Star-Wars-Trailer ist draußen. Habt ihr den gesehen, Leute? Ich fand den mega lame. Irgendwie. Aber ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem gucken. Ja, ich werde ihn hundertprozentig gucken. Ja, eine neue Waffe. Ja, Schrotflinte voller Hass. Hass ist Macht. Was soll die aufladen? Ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist. Ja, Leute. Habt ihr den gesehen? Wie fandet ihr ihn? Ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, irgendwie. Nur, dass ich die Szene, wo... Ich weiß nicht mehr, wie die Hauptperson heißt, Leute. Dieses Mädel läuft von einem... Oh, jetzt kann ich mich natürlich hier richtig glamieren. Sie läuft von so einem Raumschiff weg. Von einem X-Wing war das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein X-Wing war. Aber sie läuft von irgendwas weg. Ich glaube, von diesem Raumschiff, wo Kylo Ren drin ist. Also kann ich mir vorstellen, dass Kylo Ren sie irgendwie überfahren will oder so. Warum man nicht einfach auf sie schießt. Gar keine Ahnung. Tisch umwerf Technik! Nee, Tisch-Technik-Sicht? Spice? Winchester. Alles cool. Hätte ich gerne alles. Gib mir alles, aber ich brauche mehr Money. Nee, mehr Geld dafür. Aber ist ja Money. Weil alles in diesem Spiel Munition ist. Oder Waffen. Oder irgendwas. Ach ja, Leute. Wie fandet ihr den Trailer, wenn ihr ihn gesehen habt? Er hat jetzt nicht so viel verraten, tatsächlich. Das finde ich gut. Und am Ende war so ein ganz fieses Lachen. Wo keiner weiß, was das ist. Ob das jetzt der Imperator war oder was auch immer. Ich denke, auf jeden Fall witzig. Weil eigentlich der Kylo Ren scheint ja nicht mehr allzu böse zu sein. Auch wenn er natürlich Harrison Ford getötet hat, der Blödmann. Harrison Ford ist cool. Man kann nicht einfach Harrison Ford töten. Und fast war sowas. So, eine Truhe, wo man keinen Schlüssel braucht. Das ist auch was Neues. Wir kriegen die ganze Zeit nur diese kleinen Waffen hier. Das ist voll komisch. So, dankeschön. Haben wir jetzt genug Geld? Ich habe leider nicht drauf geachtet, wie viel... Oh, der will bestimmt ein Leben von uns haben. Ein verdächtiger Brunnen voller Blut. Er ist nicht ganz voll. Ja, ein ganzes Blutopfer bringen. Das ist, glaube ich, ein neuer... Äh... Neues Opferungs... Ding. Der jetzt mit dem neuen... DSC dazugekommen ist. Aber ich möchte ehrlich gesagt nicht mein Leben wegschmeißen, weil wir sowieso nur so wenig Leben haben. Oh Gott! Was? Die Hand! Was macht die Hand? Und... Hilfe! Als ob es das hier auch gibt. Voll von Isaac geklaut. Und die haben es von... Zelda geklaut. Und Zelda hat es von Super Smash Bros geklaut. Obwohl Zelda schon vorher draußen war. Mir egal. Man muss sich einfach nur bewegen, damit sie einen nicht trifft. Nope. Und sie schießt einen auch noch weg. Das ist ja übelst geklaut von anderen Spielen. Oh, wir sind uns kein Leben abgezogen, Leute. Das ist ja interessant. Die schickt einen einfach nur raus. Das ist wirklich interessant. Ist die Hand jetzt wieder da? Nee. Jetzt ist sie weg. Oder war die hier gar nicht? War die weiter oben? War die hier? Hey, jetzt bin ich ultra verwirrt schon wieder. Aber es ist Standard bei diesem Spiel, dass ich ultra verwirrt bin. Komische Hand. Die gibt es auf jeden Fall auch bei Zelda. Und auch bei Isaac. Und überall. Das ist aber auch eine coole Idee irgendwie. So eine Hand, die von oben runterkommt. Ich weiß auch, als Kind hatte ich immer richtig Angst vor diesen Händen bei Zelda. Dass sie mich grabben. So. Haben wir jetzt mal genug Geld? Ich weiß nicht, wie viel Geld wir brauchen. Shit. Ich laufe halt einfach rein. Richtig dummer Damage. Zelda-Spieler. Ach, apropos Zelda. Ich habe ja diese Umfrage gestartet in meinem Community-Tab. Und da ist Zelda gerade an erster Stelle. Also anscheinend wollt ihr Zelda sehen, was ich komisch finde. Weil ich in Zelda mega schlecht bin. Aber vielleicht wollt ihr es deswegen sehen. Oder ihr habt mich noch nicht Zelda-Spielen gesehen. Weil ich das ja bisher nur auf Twitch gespielt habe. Und wisst deswegen nicht, dass ich da drin mega schlecht bin. Keine Ahnung. Was es auch sei. Auf jeden Fall ist Zelda gerade an erster Stelle. Und Enter the Dungeon hat keinen einzigen Punkt bekommen. By the way. Wir nehmen die Tischtechnik hier mit. Und leben auch noch. Die Sicht. Oh, guck mal. Die Tischtechnik hat sich mit irgendwas anderem synergiert hier. Was macht denn das? Mit dem hier. Verlangsam Projektile der Gegner. Und mit dieser alten Technik lässt sich kurzzeitig der Ausstoß einer Waffe erhöhen, wenn ein Tisch umgekippt wird. Und wieso synergieren die? Das verstehe ich immer nicht. Ich verstehe diese ganzen Synergien irgendwie nicht. Die sind mir alle zu hoch. Und hier sind viel zu viele Räume, wo wir noch hingehen können. Spürt meine Hasswaffe. Pow, pow. Hier, ich kann jetzt schneller schießen. Und ihr seid alle langsam. Ah. Ne. Die Gegner sind nicht langsamer. Aber wir schießen schneller. Aber dafür wird alles komisch grau. Also es kriegt so ein Sepia-Filter drauf. So ein Altigkeits-Filter. Oh. Habe ich schon mal erzählt, dass ich diese ganzen Pilze in diesem Spiel hasse. Weil die so richtig komisch angreifen. Hier, deren Munition fliegt nämlich einfach immer noch rum in der Map. Das finde ich richtig kacke. Ja, komm her. Ich werde dich töten. Komm doch. Du bist ein Zauberer. Du kannst dich teleporten. Komm doch einfach rüber hier. Sorry, Zauberer. Oh Gott, nein. Biente, nicht vergiften. Vergiften wäre voll doof. Schnellere Attacken. Ne, wir schießen gar nicht schneller. Sondern es kommt einfach mehr Zeug raus aus unserer Waffe. Jetzt raffe ich es, Leute. So langsam. So langsam raffe ich dieses Spiel immer mehr. Dum-di-dum. Ich fühle mich eigentlich recht sicher, weil wir diese komische Laserwaffe haben. Deswegen müssen wir einfach nur mal den Boss jetzt irgendwann finden. Der ist irgendwie mega weit weg. Voll das Labyrinth hier. Vorteil von Under the Jungle ist aber wenigstens, dass es hier keine richtigen Flüche gibt wie bei Isaac. Das finde ich immer wieder schön. Nicht, dass der Raum einfach dunkel wird oder man nicht weiß, welche Waffen man mitnimmt oder so. Hilfe, nein, bitte nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier haben wir alles. Dann doch hier oben lang. Haben wir inzwischen einen Schlüssel? Ne. Ich glaube, beim Shop war der Schlüssel auch zu teuer. Deswegen machen wir das einfach mal kaputt. Das Leben würde ich gerne mitnehmen. Danke. Wir haben relativ viele Leben noch, die wir mitnehmen können. Also da alles cool. Da haben wir den Boss. Toll, ich hätte einfach nur einen weitergehen müssen. Und wir werden auf jeden Fall den Gamma-Strahl benutzen. Weil mit dem kann man schön auf Distanz bleiben. Oh nein, den hasse ich. Ich hasse diesen Gegner. Ja, lass mich doch in Ruhe. Das ist der schlimmste Gegner von allen. Jetzt ohne Witz. Ich hasse diesen Boss. Der ist ohne Witz so kacke. Und irgendwie ist dieser Gamma-Strahl auch nicht so gut. Warte mal. Was haben wir sonst noch? Nimmt noch dieses Sturmgewehr-Ding. Ach, man kann die Mienen kaputt machen. Wieso sagt er das denn keiner? Das wusste ich halt wirklich nicht. Okay, Glocken. Ich weiß halt auch nicht, was der kann, dieser Typ. Das verunsichert mich alles. Diese Attacke ist sowieso die hässlichste von allen. Wie auch immer man da Sachen ausweichen soll. Wir müssen ihn schnell töten, sonst verliere ich hier wirklich. Ich glaube, man muss einfach nur Ruhe bewahren. Ich treffe diese Dinge halt nicht. Leben gegen das doch. Man konnte die eben kaputt machen. Jetzt nicht mehr. Okay, keine Ahnung. Ich verliere halt einfach tausend Leben gegen ihn. Ist okay. Ich bin so froh, dass wir besiegt haben. Ich hasse diesen Dude. Leben, Leben. Neue Waffe. Oh, okay. Wieso kriegen wir diese ganzen Laser-Waffen nur? So, kicke meine Leben. Ich habe sie mir verdient. Noch eins, bitte. Merci. Tschüss. Gosh. Okay, vierte Ebene. Wir sind relativ schnell. Vierte Ebene. Oh, ich hoffe, wir kriegen diesmal nicht diese komischen Statuen, die wir letztes Mal bekommen haben. Diese vier Statuen, die immer umherwobbeln und blöd sind. Die haben mir letztes Mal das Genick gebrochen. Ich hoffe, wir kriegen die Wall. Wen gibt es da noch in der vierten Kammer? Ich weiß es gar nicht. Aber die Wall ist ganz nett. Da weiß ich wenigstens, was ich tun muss. Ich glaube, es gibt drei Bosse in dieser Ebene, die man finden kann. Und der Blödste sind diese vier komischen Statuen. Oh Gott. Weil man da so nah an den Gegner dran stehen muss. Und die sind echt blöd. So, stirbst du bitte einmal, bevor du wieder lebst? Danke. Ah, dieses Spiel ist so anstrengend. Ohne Witz. Und hier gibt es keine... Oh Gott. Hier gibt es keine Tische mehr. Tische wären jetzt richtig cool. Mal. Ab Kammer 4 ist richtig blöd. Aber das beweist wieder, weil ich so weit gekommen bin, dass ich wirklich mal eine Folge, wenn ich so lange nicht gespielt habe, zumindest mal zum Einspielen nutzen sollte. In die zweite Folge hier läuft er jetzt schon viel besser als die erste, die ich aufgenommen hatte. So. Die Waffe ist recht stark, die wir gerade haben. Wir haben jetzt auch lange keine Munition mehr bekommen. Wenn ich das so anmerken darf. Müssen wir bald mal wieder bekommen. Sonst stehen wir bald ohne Munition da und müssen dann mit unserer komischen Schotflinte arbeiten, die wir gar nicht mehr haben, weil wir sie, glaube ich, weggegeben haben. Für das R. Guck mal, hier ist noch so ein Ding. Haben wir irgendwelche Waffen, die wir nicht mögen? Hier, der Corsar ist blöd. Nimm. Und was ist noch blöd? Kann man seine Anfangswaffe weglegen? Ne, kann man nicht. Okay. Was ist noch blöd? Was ist noch blöd? Ist der gut? Der macht, glaube ich, recht viel Schaden. Die mag ich eigentlich alle recht gerne, die wir noch haben. Das Bullet-Ding ist vielleicht nicht so cool. Das kleine R. Ja, nimm das kleine R hier, bitteschön. Und gib mir jetzt was richtig Geiles. Eine Bosswaffe. Come on. Oh, okay. Die Dungeon-Ameise gibt besseres, aber ich finde die jetzt auch nicht so schlecht, weil die Gegner vergiftet. Zumindest mit dem letzten Schuss, glaube ich. Ah, nee. Mit dem ersten Schuss macht das so Ameisensäure auf den Boden. Und der zweite Schuss, also die zweite Ladung, verschießt dann quasi die ganze Zeit Feuer. Okay, jetzt habe ich die Waffe auch eigentlich verstanden. Hey, du König, du darfst hier nicht sein. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Richtig. Witch hier, der Boy. Die Waffe ist irgendwie recht stark. Dafür, dass es nur so eine Handfeuerwaffe ist. Man muss diese Dinger trotzdem nur zwei bis dreimal treffen. Äh, den König kannst nix. Könige können halt wirklich gar nix. Regieren nur ihr Land und lassen ihre Untertanen hier den Scheiß machen. Diese Zombiewellen muss man einfach nur töten, oder? Da gibt's keinen Zauberraudat, oder den man töten muss. Ach, das zählt auch. Leute, man kann die... Die Dinger hier umkippen. Das ist ja mega gut. Okay, das wusste ich nicht. Da ist noch nichts im anderen Raum. Hier, man kann... Man kann diese... Loll, man kann die auch umherschieben. Das wusste ich nicht. Man kann diese Särge einfach umherschieben und umkippen und alles. Lull. Ich hab leider nix für dich. Du musst leider sterben. Gib mir Trashy! Ich hab so lange kein Trashy mehr bekommen. So langsam bekomm ich Entzugserscheinungen von dem. Trashy wär auch cool. Hat man aber beim alten DLC... Meiner Meinung nach ein bisschen zu häufig bekommen. Also ich find schon gut, dass er jetzt weniger kommt. Aber irgendwann sollte er dann doch schon nochmal kommen. Bin mir aber auch unsicher, ob man den vielleicht nur an der ersten Ebene finden kann. Oder ob man ihn... Fuck. Tatsächlich immer finden kann. Waffe alle. Aber Trashy wär schon schön. Wer Trashy so gar nicht kennt... Trashy! Oh Gott. Okay, da hab ich nicht aufgepasst. Trashy ist ein... Dude aus... Ja, Trash halt. Wieso sind meine Waffen alle so schnell leer? Oh Gott. Wir brauchen dringend Muni bald mal. Wenn ich bald mal Muni droppen könnte, das wär ganz toll. Äh, und der schießt mit. Der ist quasi wie der Cop, nur dass er, glaube ich, nicht sterben kann. Und umso mehr Trash man aufsammelt, umso stärker wird er. Also dann kriegt er immer mehr Rüstung und bessere Waffen, glaube ich. Und das ist schon ganz cool. Trashy ist einer meiner Lieblings-Items. Und vor allem der verwandelt dann halt schlechte Sachen. Also Trash... Gibt gute Sachen um. Und wer das kann... Hat ein special place in my heart. Oh mein Gott, ich krieg hier so dumm Schaden. Das Schöne ist ja an der... An der Gejagten, die wir hier haben... Wie alt, wer ist das nochmal? Die Strafgefangene. Die ist so ein bisschen wie Samson aus Isaac. Das heißt, wenn sie getroffen wird, dann wird sie immer stärker. Für eine kurze Weile zumindest. Und das ist ganz schön. Weil dann macht man kurze Zeit mehr Damage und ist toll unterwegs. Samson ist da vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Ja, ich weiß, wir haben dieses komische Viech hier nicht mit eingesammelt. Es ist einfach weggelaufen von mir. Ich weiß nicht, warum es Angst hatte. Das sind, glaube ich, Fallen, das da vor uns. Deswegen aufpassen, Ding. Sonst tun wir Sterbe, Ding. Okay, wir haben wieder Leben verloren. Sind Fall, ne? Ja. Ich kenne einen Ort. Dort tut mir keiner weh. Warum gehe ich in diesen Dungeon? Man weiß es nicht. Ist okay. Noch mehr Gegner jetzt. Langsamer mal. Ich will jetzt zum Boss gehen und da endlich sterben, damit das klar ist. Es sind sowieso diese komischen Statuen. Ich habe mir aber im Wiki mal durchgelesen, was man bei diesen Statuen machen kann. Bei jedem anderen Boss stand eine Strategie dabei. Nur bei dem nicht, by the way. Nur mal so. Stand keine Strategie dabei. Als einzige Strategie stand dabei bei den letzten zwei, dass man die halt gleichzeitig töten soll, weil der letzte, wenn er alleine ist, wohl ein anderes Angriffsmuster hat und sehr nervig ist. Und diese letzte Phase wird übersprungen, wenn man die letzten beiden einfach gleichzeitig tötet. Aber da muss man erst mal hinkommen. Also blöde, blöde Strategie. Es gab keine Unterpunktstrategie wie bei den anderen Bossen. Richtig komisch. Und ich hasse die auch. Und nochmal zur Lore. Da sind, glaube ich, irgendwelche Geister drin. Was ich recht interessant finde. Okay, diese Särge kann man nur in eine Richtung umschmeißen, merke ich gerade. Macht ja auch Sinn. Look. Ist aber mega OP, dass man das hier kann. Dieser Raum ist super OP für uns. Da sind Geister drin, genau. Geister, die irgendwelche Statuen besetzt haben, übernommen haben. Was bist du für eine? Nanu, wie schön, dich wiederzusehen. Was macht der Dungeon so? Bekommst du reichlich zu essen? Nicht wirklich. Du hast eine ganz hübsche Sammlung. Doch etwas fehlt in deiner Ausrüstung. So dieses gewisse Gannesequois. Habe ich locker falsch ausgesprochen. Egal. Da kann ich dir behilflich sein. Manchmal kommt eine Ausrüstung erst mit dem richtigen Partner voll zur Geltung. Ja, gib mir einen Partner. Sehen wir mal. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Na, sagst du. Ja. Cool, gib her. Ein Stück Seil. Ein Fass. Aber teuer. Was kann das? Achso, ein Fass. Es schießt Fische. Okay, cool. Wir haben eine Fischkanone bekommen. Ist doch nicht so schlecht, oder? Stirb. Ich schieße meine Fische auf dich. Trashy, Trashy, bist du das? Nein, schade. So eine blöde Fischkanone. Was will ich denn damit? Einen Boss haben wir noch nicht, ne? Ne. Oh, kann die Fischkanone irgendwas... Ich weiß halt immer noch nicht... Vielleicht bei diesen Feuergegnern hier. Vielleicht bringt die da ein bisschen mehr. Kann ich mir gut vorstellen, dass Wasser halt gegen Feuer gut ist. Wenn die das in diesem Spiel bedacht haben. Aber ich weiß nicht. Gut, gehen wir zum Boss. Wir haben relativ viele Leben. Wir haben keine guten Waffen mehr irgendwie. Wir sind alle, alle. Welche Waffe wäre denn für uns gerade am besten? Vielleicht die Ameisenwaffe. Obwohl die natürlich auch nicht so stark ist. Oh, es ist die... Äh, die Wall. Gegen die komme ich wenigstens relativ gut an. Ich weiß zumindest, wie man gegen sie kämpfen muss. Oder auch nicht. Die Waffe ist doof, warte mal. So, erst anzünden und dann mit Fischen ein bisschen löschen. Machen die Fische Damage, solange sie da rumstehen? Das wäre cool. So, ja, bei der Wall ist das eigentlich ganz einfach. Immer diesen Standarddingern ausweichen und durch diese... Walls, die er halt schießt... Dann, ja, einfach rüberjumpen. Und dann ist man eigentlich gut dabei. Toll. Erstens, bevor man aufpassen muss, sind die Querschläger. Die sind manchmal ein bisschen assig. Aber ansonsten... Eigentlich recht einfach, der Typ. Ich hätte gern kein Feuerschaden. Danke. Ich habe mich halt selbst angebrannt. Oh. Okay, Moment. Haben wir noch irgendeine coole Waffe? Okay, jetzt verliere ich natürlich mega den Dumm-Damage hier, weil ich auf meine Waffen geachtet habe. Aber wir haben die Wall besiegt. Ja! Kammer 4 geschafft. Wupp, wupp. Ich glaube, so weit war ich noch nie im Let's Play. Also privat schon, aber noch nie im Let's Play. Was bist du? Du bist, glaube ich, Schild des Verräters? Achso, der Schild hat einen, glaube ich, mit dem letzten Hit, oder? Und dann kommt ein Schild. Genau. Während man auflädt. Oh, der Schild bleibt sogar da. Das wusste ich nicht. Die ganzen Fische hier. Es tut mir leid, die ganzen Fische. Es tut mir so leid. Okay, damit haben wir den zumindest besiegt. Ja, cool. Happy Birthday. Wo? Nein, wir haben keine Leben mehr. Das ist lame. Das ist, glaube ich, jetzt schon die letzte Kammer. Also, das Spiel geht eigentlich gar nicht so lange. Gegen den letzten Boss habe ich aber... Ich war erstens noch nie beim letzten Boss und ich habe den auch noch nie besiegt, dementsprechend. Kammer 5. Aber Kammer 5, hier war ich, glaube ich, schon zweimal. Also, jetzt ist das das dritte Mal, dass ich hier bin. Wir haben leider nicht mehr allzu viel Muni. Wir bräuchten bald mal ein bisschen Munition. Scheiße. Man muss das timen. Okay, das ist interessant zu wissen. Yo. Ich sterbe jetzt hier einfach. Keine Ahnung, was mich getroffen hat. Geil! Kammer 5 ist richtig gut. Ich hasse die Kammer 5. Was hat mich denn gekillt? Feuer? Feuer? Ach, da sind Falle... Warte. Unten links von unseren Dude? Ist das eine Falle? Oder sind wir in die Lava da reingegangen? Ich raff Kammer 5 halt noch nicht. Dafür war ich hier zu selten. Toll. Aber wir haben die Kammer 5 einmal gesehen. Happy Birthday. Gut, dann würde ich sagen, was das mit dieser Folge. Beeilte mich für die erste Versuch, liebe Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verfassen wollt, auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Schöne Ostern und was weiß ich alles. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.